Der König von Atlantis ist zurück, um an Land und unter Wasser so richtig aufzuräumen. Egal ob Ganoven oder Tiefseeschrecken, er zeigt allen, wo der Dreizack hängt. Autor Geoff Johns und Zeichner Ivan Rice bringen Aquaman zurück auf die Erfolgsspur. Der Überraschungserfolg aus den USA verquickt Action mit einer angenehmen Prise Humor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017